Heyo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekaufvideo von mir, beziehungsweise zu einem Pferdevorstellungsvideo, denn das Pferd, das ich euch jetzt zeige, habe ich mir bereits gekauft, als das letzte Mal der Bazar da war, noch vor dem Pferdebindungsupdate. Und zwar habe ich mir ein Shire Horse der dritten Generation gekauft, wie man unschwer erkennen kann, deswegen stehe ich mir auch an Steves Farm. Und zwar ist das mein 213. Pferd, so viel könnt ihr euch schon mal verraten. Die Shire Horse der dritten Generation kam 2022 rein, sind also jetzt schon ungefähr ein Jahr alt. Kosten 900 Star Coins sind ab Level 8 kaufbar, gibt es in sieben Farben, ein Pferd davon ist in der App, beziehungsweise eine Farbe, plus das Neemain ist auch nochmal quasi so eine extra Farbe. Das ist das Halloween Pferd, das es letztes Jahr gab, sollte auch dieses Jahr wieder kommen. Ähm, ja, was noch? Ah, genau, das Shire Horse der dritten Generation hat eine spezielle Animation, kann sich nämlich hinlegen und hat außerdem spezielle Frisuren, die es nur bei dieser Rasse gibt. Kann allerdings aufgrund des Fesselbehangs keine Gamaschen oder Bandagen tragen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist schon ein bisschen schade, aber nicht so schlimm. Der Shire Horse der dritten Generation kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0, kann, wie gesagt, am Level 8 gekauft werden. Allerdings muss man dafür Star Rider sein, da man bis zu Steves Farm muss. Ich weiß gerade nicht, ob aktuell welche Infobhinter stehen. Ähm, also falls ihr was im Hintergrund hättet, sind meine Katzen, falls ihr was rauscht, ist es der Ventilator, falls ihr was klopfen werdet, sind meine Beine. Entschuldigung, irgendwie vergesse ich das in letzter Zeit immer am Anfang des Videos, keine Ahnung. Ähm, ja. Das stattliche Shire Horse ist ein aus England stammendes Zugpferd. Im 19. Jahrhundert wurden Shires zum Ziehen von Lastkrähen, Flügen und Karren eingesetzt und waren für den Transport der Waren von den Häfen in die Städte und auf das Land unerlässlich. Mit dem technischen Fortschritt ging der Bedarf an Arbeitspferden zurück und die Zahl der Shires sank beträchtlich. Shires halten den Rekord für ihre Größe und Stärke. Weitere Merkmale sind die starke Fesselbehaarung und die beeindruckende Größe ihrer Hufe. Die Shires sind Kaltblüter, die gerne arbeiten und gefallen wollen. Nach Jorvik kamen die Shire Horses durch die Familie Silverglade, die sie als edle Kutschpferde schätzten. Obwohl dieses Pferd wie eine Naturgewalt wirkt, ist es durch sein sanftes Temperament ein Liebergefährte für jede Reiterin. Ja, und außerdem wunderschön. Ich liebe Shire Horse. Ähm, ja. Ich hatte mir den Grauen gekauft, weil ich den einfach unwahrscheinlich toll fand. Den wollte ich mir schon kaufen, als die rauskam. Da fiel meine Wahl ja dann auf Melody. Ähm, jetzt ist er dann tatsächlich eingezogen. Ist bei mir auch ein Hengst? Wenn ich mal kratzt auf meine Tabelle schiele. Ja, ist ein Hengst bei mir, genau. Ist auch schon längst ausgelevelt und wartet eigentlich nur darauf, dass es auf die Weide darf. Ich hatte halt bisher keine Lust und keine Zeit, das Video aufzunehmen, das Pferdekopf-Video. Ähm, ja. Wir gucken uns mal die Animationen an. Inaktiv haben wir ja gesehen. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Der schnelle Galopp. Und der besondere Trick, nämlich das Hinlegen. Hinlegen? Hinlegen, mhm. So, außerdem gibt's halt noch einige Mähnen-Style. Einmal die Standard-Mähne. Richtig schön, richtig schön wallig und einfach nur toll. Dann haben wir diese Stehmähne hier. Die kurze Stehmähne. Dann die normalen Zöpfchen mit eingeflochtenem Schweif. Die langen Zöpfchen ebenfalls mit eingeflochtenem Schweif. Dann haben wir die Sportmähne. Ähm, die Sportmähne mit Verzierung, wo der Schweif abgeraspelt ist. Die, das ist quasi die Standard-Mähne, nur etwas welliger. Und hier mit einem kleinen, äh, Zöpfchen. Finde ich mega süß, tatsächlich. Dann haben wir hier die Standard-Mähne mit Bärtchen. Sehr toll, dass sie hier drauf geachtet haben, dass das Bärtchen zweifarbig ist. Mir gefällt das Bärtchen persönlich ja nicht, aber das ist schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt. Dann die Verzierung mit, äh, Bärtchen. Diese Mähne hier mit dem kleinen Zöpfchen mit Bärtchen und die lange Stehmähne mit Bärtchen. Die kurze Stehmähne und die Zöpfchen gibt es nicht mit Bärtchen. Ich bin aber bei der Standard-Mähne geblieben. Ja. Und zwar ist bei mir Pixel eingezogen. Wo habe ich ihn jetzt nochmal hingestellt? Ah, da hinten. Ja, bei mir heißt er gut, Pixel ist ein Hengstchen und ein Jungpferd. Ich habe ihm das Zeug der Bärenkuschlerin angezogen, das es letztes Jahr beim Winter-Event gab. Also von 2020 und 2023 gab es das, glaube ich. Oder ein Jahr davor. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist... Ne, dieses Jahr. Also letztes Event. Okay. Gut. Ja. Und dazu den schüchteren Terrier. Der war nämlich reduziert beim Bazar. Da habe ich mir den auch noch direkt geschnappt. Farblich gefällt er mir wunderbar. Ich habe ja am Anfang, als sie rauskam, habe ich ja wirklich mit mir gehadert, soll ich mir jetzt den grauen holen oder hole ich mir den braunen? Beim braunen fand ich halt die Abzeichen schöner, deswegen habe ich mir am Ende Melody dann geholt. Aber der hier ist mir immer und immer wieder im Kopf rumgespugen. Und ich habe mir gesagt, wenn die das nächste Mal reduziert sind, hole ich mir definitiv einen davon. Ich habe mir Pixel geholt. Ich bin mega happy mit der Farbe. Ich liebe die Farbe einfach. Es ist so eine schöne Farbe. So ein schönes Grau. Denn eine Blässe, die wirklich toll ist. Diese abgegrenzten Abzeichen an den Hufen. Einfach, oh, wunderschön. Es ist so ein tolles Herz. So schön, ohne Witz. Ich bin so happy, dass ich ihn habe. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch die Gangarten und dann gibt es mein Fazit. Viel Spaß. Vielen Dank. kepala. Dann! Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich liebe die Rasse einfach. Ich liebe die Farben. Ja, ich vermisse die Checkung, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich liebe die Farben, die es da gibt. Ich liebe den Körperbau. Ich liebe die Hufe. Ich liebe das Pferd an sich. Es gibt eine 10 von 10 auf jeden Fall bei mir für die Shire Horse. Also ich kann da absolut nicht meckern. Mir gefällt es, dass die auch so ein bisschen schwerfälliger laufen. Da da natürlich einiges an Gewicht dran hängt, laufen die Pferden natürlich etwas schwerfälliger. Klar, dass so ein Kaltblut nicht so elegant quasi laufen kann wie ein Warmblut, das natürlich deutlich weniger Gewicht hat. Ich liebe Kaltblüter einfach. Und das Shire Horse der dritten Generation ist einfach mega. Also ich bin verliebt. Ich bin absolut verliebt in die Shire Horse. Und das Einzige, was ich so ein bisschen doof finde, ich hatte mir, das Video kommt auch noch, noch ein anderes Shire Horse gekauft. Dem habe ich allerdings einen Westernsattel angezogen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass der Westernsattel auf dem Shire Horse besser aussieht, weil der Dressursattel einfach irgendwie so verloren auf dem Pferd wirkt. Ich meine, guck doch mal, wie klein diese Satteldecke hier auf dem Pferd wirkt. Keine Ahnung. Das sieht irgendwie so mini aus. Naja, ist ja im Prinzip ja auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn ich mir noch ein Shire Horse holen würde, dann wird als nächstes ein Westernsattel einziehen. Habe ich einen Westernsattel? Guck mal, ich habe den Westernsattel sogar dabei. Ich meine, guckt euch mal diesen Vergleich an. Das ist der Westernsattel. Von der anderen Seite sieht man es besser, weil die Sattelhasche nicht im Weg ist. Oh mein Gott. Also ich glaube, die Shire Horse werde ich in Zukunft einen Westernsattel reiten, weil das hier sieht ja schon peinlich aus irgendwie. Das sieht, das sieht, komm, das sieht ja wirklich mini aus. Aber gut. Ja, Pixel ist bei mir bereits ausgelevelt. Der zieht jetzt quasi nur noch auf die Weide. Aber das Shire Horse kriegt auf jeden Fall eine 10 von 10. Ich kann auch eine klare Kaufempfehlung für die Pferde geben, da sie sowohl von den Gangarten als auch von den Farben her wunderschön sind. Und das Einzige, wo ich halt sagen muss, dass die Pferde bei mir nicht zum vollen Preis einziehen werden, ist einfach, weil ich mich weigere für ein Pferd, das eine spezielle Animation hat, so viel zu zahlen, wenn ich die spezielle Animation nicht von Anfang an nutzen kann. Das nervt mich, dafür werde ich ja nicht zahlen. Und außerdem finde ich es auch immer noch absolut scheiße von Star Star, dass sich bisher nichts am Menü geändert hat und Sehbehinderte immer noch Probleme damit haben. Für mich als Vergleich ist das übrigens, als würde ich so spielen. Ich sehe das Menü nicht. Mittlerweile weiß ich zwar, wo so ein paar Punkte sind, aber es nervt mich trotzdem. Ja, gut. Das war es dann von mir. Hat jetzt nichts mit dem Pferd an sich zu tun, aber es ist meine Begründung, weshalb ich mir keine Pferde für den vollen Preis kaufe. Wenn die nochmal reduziert werden, dann ja. Ansonsten wird erstmal kein Shire Horseman mehr bei mir einziehen. Gut, dann war es das tatsächlich von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ach, stopp. Nee, das Hinlegen habe ich gezeigt, oder? Ansonsten hier. Ich weiß nicht mehr, ob ich das Hinlegen gezeigt habe. Ups. Achso, ja, genau. Ihr seht hier, wie der Reiter da drauf wackelt. Dieses, äh, ich fall gleich runter. Das sieht so dumm aus auf dem... Das sieht wirklich dumm aus beim Hinlegen. Aber das hat ja nichts mit dem Pferd zu tun, das hat mit dem Reiter mit dem Charakter zu tun. Aber gut, jetzt werde ich gehen. Tschüss.